Dies ist Junbeck. Er ist Nomade und eine der Hauptfiguren unseres Films. Das Problem ist, dass er den ganzen Tag in Bewegung ist. Auf seinem Pferd. Für unsere Filmcrew ist es da schwierig mitzuhalten, denn sein Pferd galoppiert 60 Kilometer pro Stunde. Aber unser Auto schafft das nicht, selbst wenn es eine Straße gäbe. Und wie hält man die Kamera ruhig? Wir müssen einfach üben, bis wir es hinkriegen, aber das Ergebnis dürfte es wert sein. Kameratest 1. Siehst du meine Angst? Die ist echt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Für heute haben wir ein kleines Rennen organisiert, um Zeitlupenaufnahmen zu machen. Wir boten 20 Dollar pro Teilnehmer und rechneten mit vier, fünf Teilnehmern. Nun haben wir neun. 10. 10. 10. Wir lassen uns das Ding einfach gehen und sehen, was passiert. Okay, start! Hier draußen musst du erfinderisch sein. Aber manchmal zahlt es sich aus. festlegen, wenn ich dich wieder, könnte ich wieder mittelbeutern Camiezwone對啊 wollen. Tja, tja! hell! Los�! 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 Losä! Losä! Los! Los», Los! Losä! Loso! Los! Losh! Los! exercises brethren! Untertitelung des ZDF für funk, 2017